Warte mal Schlecher mit niederdreggen Da kann man den niederdreggen ernsthaft nur einmal haben Normalerweise nicht, oder? Das ist echt hier so Anderer Befehl braucht man dafür nicht Oder kann ich den jetzt auch einfach so im Chat eingeben? Nee, das geht ja nicht Dafür haben wir ja die... den Comment hier Was geht ab? Der Comment überhaupt? Naja, und wenn ich Slash Summon Butt mache? Oder... Ghast? Oh... Eghast Ghast? Ah ne, das fällt ja auf Ghast, was haben wir denn hier? Keine Ahnung Butt ist immer einfacher, Buttman Wo? Geht da auch nicht hier Der Summon geht, aber der Befehl nicht Ich glaub die Comment Blocks funktionieren so allgemein jetzt nicht Vielleicht sind die... Ähm... Lass uns mal in der normalen Welt wieder hingehen Und versuch den mal da irgendwo zu spawnen Ach, wo ist das Ding nochmal dahinten? Das heißt ja einfach nur... Als Maul... Geht werden Dann geh ich mal... Ach, hier auch Ich seh den Cam... What the fuck, hier war grad Hm? Manga Block hast du? Ich geh nach oben mal Niuuuuun Was brauch ich den denn auch da hinten irgendwo, ne? Blockscham haben wir ja eh nicht Huiiii Und jetzt so Blockscham Ja ne, der... Der ist da raus Ich geh immer hier hinten hin Was brauchst du den denn jetzt? Bisschen weiter hinten Ja, unten bist du Warte mal... Oh... Ich glaub das war auch noch auf 0... Aber es spawnt nix... Warte mal... Warte mal... Oh... Ich glaub das war auch noch auf 0... Da wär glaub ich auch das Game zu Ende sozusagen... Hm It's time to go home Gibt es keinen Ender-Dringer? Gibt es nicht, ne? Nö Warum auch... Nicht Ausgemacht Wahrscheinlich Undermann... Och man... Warte mal... Funktioniert das nicht? Äh... Äh... End... Oh... Ich komm doch wieder Wie? Was machst du? See you later, Alligator See you later, Alligator Fuu you Hm... Kann man im End nochmal ein Endportal spawnen? Ach man... Wir haben das System zerstört... Geht das selbst mit ein neues Portal nicht oder was? Nein... Wir haben das System zerstört... Wir können es nicht beenden... Okay, ist wieder hier oben hin... Der Common Block ist ja da... Den hast du jetzt... Mach die doch spannende Dinge, Leute... Ja... Wir haben... So geschafft, dass es nicht mehr funktioniert... Hahaha... Ich hätte mir das gewusst, dass wir das andere erst mal machen müssen... Ja... Das ist doch blöd... Gut, es scheint das Ender... Eider... Aber... Weißt doch keiner, dass man den noch... Den extra killen muss... Ach man... Hm... Habe ich eine andere Möglichkeit hier noch zu spawnen? Nee... Vielleicht nicht... Das haben wir in Ender... Wagen im Chat... Aber den Chat... Da geht das nicht... Singleplayer-Comments... Haben wir das denn? Haben wir Singleplayer-Comments? Hm? Haben wir Singleplayer-Comments? Na nee, nicht wirklich... Aber kann... Nein... Es wäre die Eingemöglichkeit jetzt noch das... Ding zu spawnen... Spawn... Mit Spawn-Mobs... Weil der Common-Block kann das auch nicht... Der kann nur Summon-Befehle... Hm... Ja... Der kann nur Summon-Befehle... Kann sein, ja... Dann weiß ich... Dann weiß ich nicht weiter... Jetzt ist es schwierig... Guck hier grad mal was... Ich will auch nochmal schnell... Hm... Das weiß ich nicht... Jetzt sieht man... Dass man... Ender-To-End gegen... Sowas und sowas kämpfen lassen kann... Ja schön... Das will ich ja nicht wissen... Wie weiß ich wie man den wiederholen könnte... Könnte sag ich... Was wären die einzige Optionen noch... Die ich... Kenne... Ja... System is overload... Juhu... Er hat das ganze System zerschrottet... Kann sein... Kann sein... Ja... Ja... Was wäre jetzt... Rein theopraktisch... Wäre das noch gekommen... Wenn es irgendwas mit... Keine Ahnung... Mit Obsidian... Und Angel-Block... Was vielleicht auf... Irgendeine... Dinge hinausführen würde... Ja... Irgendwann muss das ausgeschaltet sein... In einem Komplex... Das weiß ich nicht... Ich weiß es nicht... Ja... Ich bin Ali... Ich nix wissen... Was haben wir denn jetzt noch fertig... Äh... Selenium... Oh... Ich kann noch eine... Seliii... Ähm... Shift the shot... Ja... Schön... Okay... Da muss ich wieder meine Elementarliste holen... Sonst weiß ich nicht... Wie man das... Herstellt... Da... Minecraft Elementarliste... Dann können wir nämlich schon mal ein paar irgendwie abarbeiten... Oh... Wir brauchen dafür... To... Kowal... Ok... Okay, das haben bestimmt irgendwo rumliegen, kann das so um alles arbeiten, solange Zintus mal schaut, ob er das hinkriegt. Komm, wir haben hier zwei Dinger, ich weiß nicht, wie viele brauchen wir denn davon. 34 Stück, okay. Und Dankeschön. Ja, wieder eine Quest fertig, wuhu. Da haben wir noch gar nix, hier haben wir noch paar, da haben wir, ok, leetie, das ist grobig, ne? Ich weiß nicht, wie man den End denn jetzt hin kann, hier in der Datei, dass man die einfach durch die andere End-Datei wieder ersetzt. I don't know. Das weiß ich nicht. Hast du keine Ahnung, das ist mir schon klar. Okay, daraus kriege ich es nicht. Das End-Stone, okay. Könnt ihr das kriegen? Oder ich nehme einfach meine Elementarlisten wieder hier, die kann ich ja mal auf die zweite Seite rufen. Okay, da brauchen wir doch das End-Stone oder wir haben was mit, ich habe glaube ich was mitgenommen, sogar. End-Stone. Ach Mensch. Immer kriege ich Bambus zugeschmissen, wie mag mich das Spiel. Nochmal Bambus, jawoll. End. Ja, da kommen wir mal ins Deck hier raus. Und hopp. Einmal den Hebel umlegen. Und zack. Ah, da ist es. Wie viel brauchen wir davon? Da braucht man gar nicht mehr so viele. Okay, haben wir auch. Jetzt brauchen wir das Gasium. Hm. Oh. Oh. So. Einzige Möglichkeit wäre wahrscheinlich... Gasium. Flash? Ja. Einzige Möglichkeit wäre, Backup von gestern zu laden. Backup von gestern zu laden? Ja, von gestern. Dann machen wir das so, dann machen wir jetzt so weit, wie ich jetzt noch gerade mache. Ah, das ist jetzt auch blöd, ne? Ja, dann ist das sowieso weg. Ja. Ich würde sagen, dann werden wir hier einen kurzen Cut reinmachen. Und machen das gleich, was wir jetzt gerade alles für irgendwie halb gemacht haben, nochmal neu. Anscheinend. Dann werden wir das so weit vorbereiten wieder, wo wir jetzt zuletzt standen. Außer, dass wir den Ender Dragon gemacht haben. Und dann machen wir den Ender Dragon. Und werden uns dann gleich wiedersehen. Ja. Ciao. Tschüss. Aufwärtsenthaler. Aufwärtsenthaler. モ receive. Naast.